Das macht mich so aggressiv, ich sag's euch. Mir macht's geil. Domino-Duell. Jawoll. Fertig. Los. Ah, das geht ja leicht. Das ist ja eine große Scheiße hier, oder? Wieder umgehauen. Eine Riesenscheiße hier, oder? Das handelt's nicht. Erzähl du uns doch nicht, wie Domino geht. Die Scheißdinger kleben aber auch, das ist ja irre. Das ist der dritte von dir, der ist Wahnsinn, der Stein. Ja, der ist ein bisschen orientiervoll. Dann gibt's mit Ding mit zu tun, ja. Vor allem bei dir. Deine Kanten. Geht schon. Hey, hey, wackel nicht so. Ich wackele gar nicht. Klar. Oh Gott. Ach, das ist nicht. Du? Die ist bereit. Da, auf die Montür machen. Ach komm. Komm. Komm jetzt. Komm jetzt. Das wird so ein Trino aus bei mir. Der läuft ja weg, du. Das ist ja unglaublich. Noch nie. Ich spiel doch das Domino nicht. Ich mein, was ist das? Ich spiel' keine Tüte. Man würfeln. Ich spiel' Wikinger-Schach. Und dann so eine Scheiße. Und dann so eine Scheiße, du. Ja, nicht zu schreien. Nicht, dass meine Dummies irgendwo... Ach komm doch. ...gestört werden. Hey, 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 hey. Was ist denn das? Na ja, du wirst ja aufpassen, oder? Das hab ich gemacht. Die längste, sei es vom Abstand, die längste oder die weißen Steine? Die längste. Weiße Steine? Ich muss noch mal kurz nachfragen. Weiße Steine? Oder die Steine hab ich so. Oh mein Gott, das... Eins darf da nicht passieren, dass der Stein so nach vorne fällt. Komm jetzt. Ich mag sowas halt echt nicht. Die, 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 die ... Warte, die, die, die ... Fasen. Oh, warum da eine Reihe auf geht ... Alles zu spät ist. Das macht mich so aggressiv, ich sag's euch. Mir macht's geil. Ich hab komplett Gänsehaut, so schön ist das. Das ist doch kein Domino-Rei, was ich da aufhau, oder? Das ist ein riesen Slalom. Der Bahngleise würde ich dir jetzt auch nicht aufbauen lassen. Das ist ein Tester. Nein, mach ich nix mehr. Jetzt kommt. Nein, mach ich nix mehr. Zack. Ich muss ein bisschen riskieren jetzt am Schluss, dass ich vielleicht noch ran kann. Da hast du aber richtig Risiko gemacht. Ach Gott, diese Dinger ausziehen. Die muss natürlich erst mal fallen, gell? Ja, das ist klar. Da hab ich hier schon Bedenken. Das sieht mir ungesund aus. Wie findest du meine? Noch ungesünder. Ja. Ah, jeder. So. So, dann fang ich mal an, oder? Der schlechte. Der schlechte. Also. Sauber. Oh. Wupsi. Hervorragend. Glückwunsch, Herr Bender. Hi. Die wollen.